Heute ist Freitag, der 08.07. und wir starten in der Nähe von Schweinfurt und werden eine schöne Runde durch die Gegend fahren und dann am Main entlang wieder zurück nach Schweinfurt. Los geht's! Einmal durch den Urwald auf dem Naturlehrpfad. Durch Feld und Flur geht es hier immer weiter. Nun kommen wir nach Wippfeld und werden dort mit der dortigen Fähre den Main überqueren. Das war's! 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 Schweinfurt City Nach 50 km sind wir wieder am Auto, am Zielort angekommen. Die Route war sehr schön, entspannt. Entspannt, aber zwischendrin auch ein bisschen langweilig. Aber in Summe ganz entspannt zu fahren und das war's. Mach das mit der Route war. Mach das mit der Route.